hallo und herzlich willkommen zur stromgarage und hallo zu der zweiten episode meiner berichte der woche ich habe es ein bisschen umbenannt weil schlagzeilen fand ich irgendwie ein bisschen ja zu eng gefasst deshalb berichte der woche da sind dann auch videos mit dabei und sonst irgendwas also ich wollte das ganze thema so ein bisschen umfassender behandeln und was ich mir auch überlegt habe ich will jetzt immer als erstes ein kleines tesla update machen also da geht es so die ersten paar minuten nur um tesla was der schlagzeilen letzte woche kam da gibt es ja immer eine hülle und fülle von neuen nachrichten zu tesla deshalb fange ich jetzt direkt mal an mit dem tesla update und zwar das habt ihr sicherlich alle mitgekriegt tesla entlässt sieben prozent seiner mitarbeiter das sind ungefähr 3000 stück und das war ja natürlich ein riesen schock und tesla oh gott und die armen leute und die gehen pleite und so weiter andere firmen wie zum beispiel gm hatten jetzt auch einige mitarbeiter entlassen daraufhin ist der aktienkurs direkt in die höhe geschnellt und alle fanden es total gut ja bei tesla ist natürlich scheiße was viele vergessen ist dass tesla im vergangenen jahr 2018 insgesamt 30 prozent mitarbeiter aufgebaut hat und jetzt eben einfach also der elon musk hat auch einen brief geschrieben an die also an die mitarbeiter und hat es auch öffentlich gemacht dass eben tesla mit diesen 30 prozent mehr mitarbeitern jetzt so nicht ganz zurecht kommt und da einfach mal wieder ein bisschen einen kleinen schritt zurück machen muss um dann halt wieder voll in das thema rein zu starten sie hatten im juni letzten jahres schon mal neun prozent mitarbeiter entlassen das ist aber in diesen 30 prozent schon inkludiert also sie hatten eigentlich 39 eingestellt neun wieder entlassen also prozent und jetzt halt zum jahresanfang noch mal wieder sieben erklärt wurde das ganze auch halt mit der einführung der günstigeren modelle vom model 3 dass man da einfach noch effizienter und kosteneffizienter sein muss um eben dann letztendlich auf dieses 35.000 dollar modell zu kommen ja das ist im prinzip auch schon alles ich fand es jetzt eigentlich nicht so verwunderlich dass sie halt halbjährlich ein paar stellen wieder streichen um jetzt halt im jahr dann wieder aufzubauen entsprechend wenn man so viele neue mitarbeiter dazu gekriegt hat muss man auch bedenken dass halt da auch hin und wieder halt welche dabei sind die nicht so perfekt zum unternehmen passen und ja die muss man dann halt wieder entlassen so böse das ist und so unangenehm das klingt ich bin auch nicht sicher dass oder ich bin auch sicher dass das nicht gerne macht ja trotzdem muss es eben sein so noch was ich noch dazu sagen wollte diese neun prozent diese im mitte des jahres entlassen hatten das waren hauptsächlich ja so lohnarbeiter wie nennt man das halt also zeitarbeiter würde man hier zu lande glaube ich sagen und was auch noch kam also die sieben prozent entlassung die jetzt waren betreffen hauptsächlich die produktion von s und x die model 3 produktion ist da wohl weitgehend von ausgenommen also auch hier gibt es kleine streichungen aber ein großteil ist eben bei der produktion von model s und model x was ja auch vielleicht durch die geringere varianten vielfalt jetzt ja nötig geworden ist keine ahnung großes positives thema war natürlich das model 3 hat jetzt die eu zulassung bekommen also darf jetzt quasi in europa verkauft werden und wurde auch flux von der barfahr auf die förderliste genommen da habe ich auch wieder abgefahrene berichte gelesen oder einen abgefahrenen bericht und zwar haben die geschrieben dass das model 3 in der performance version nicht auf die liste kommt weil es ja über 60.000 euro kostet ja doppelfehler also erstens geht es ja hier nur um das basis modell um auf diese liste zu kommen und wenn das dann drauf ist dann sind ja die höheren modelle auch zwangsläufig drin und es geht ja um den netto preis sprich wenn das auto irgendwie 66.000 euro brutto kostet dann ist es ja trotzdem unter 60 so also hausaufgaben nicht gemacht ich habe leider vergessen wo es stand und ich habe auch habe es auch nicht mehr gefunden aber ich habe es irgendwo gelesen und das fand ich mal wieder echt hammerhart da so was zu verbreiten war ja auch in hinterher keiner mehr fragt ob das jetzt stimmt oder nicht sondern das wird dann weiter verbreitet dass sie nicht auf die liste gekommen sind und naja wie auch immer so das waren jetzt für mich auch die schlagzeilen von tesla und jetzt kommen wir mal zu meinen anderen berichten die ich euch rausgesucht habe und zwar da habe ich jetzt noch das zweite fand ich auch sehr interessant weil es auch so in die ja so ein bisschen in die zukunft gerichtet ist und vielleicht also ich fand es einfach interessant und zwar der vw aufsichtsratchef pötz ja berichtet dass oder die die kunden auf steigende preise vorbereitet so hat dann gesagt ja e-autos werden teurer sein als halt einstiegsmodelle mit verbrenner und so und das basis modell vom id soll jetzt schon ab 30.000 euro kosten und da habe ich gedacht wartet mal da habe ich doch schon mal was anderes gelesen so und den bericht habe ich wieder rausgesucht wie immer findet ihr alle berichte natürlich verlinkt unten in der beschreibung da habe ich einen bericht rausgesucht von ecomento.de vom 24.09 also das ist gar nicht so wahnsinnig lange her und da wurde gesagt ja die id baureihe würde knapp unter 25.000 euro kosten jetzt sind es schon ab 30 naja okay das nur mal so und er hat dann eben in diesem bericht auch noch gesagt dass sich in zukunft vermutlich nicht mehr jeder ein eigenes auto leisten können wird und so weiter was ich extrem lustig finde ich versuche es euch mal einzublenden das bild während ich weiter spreche im hintergrund oder im titel von diesem bericht war ein bild wo dann diese meb also es ist diese elektroplattform von vw abkürzung steht da drin gezeigt war und in dem foto hinten drin war so ein kleiner also ein kleiner schriftzug wo drauf stand electric for all so und der pötsch sagt jetzt ja aber alle können sich nicht leisten das ja fand ich auch wieder interessant wie sich deshalb so widerspricht und dann kam es natürlich auch wieder drum wer ist da jetzt schuld dran ja natürlich die bösen co2 grenzwerte und die zwingen uns ja dazu und dann kann sich keiner mehr ein auto leisten weil die bösen die böse eu und so alles so scharfe grenzwerte hier machen und sowieso und die fahrverbote sind unnötig und die akkuzellen sind viel zu teuer und so und die werden jetzt in den nächsten jahren noch teurer werden ja der eigentliche grund ist dass ihr gepennt habt und ihr keine zellenfertigung rechtzeitig aufgezogen habt wenn ihr das gemacht hättet wer ihr jetzt vielleicht ungefähr in dem preisbereich von tesla weil tesla zahlt 116 dollar pro kilowattstunde für eine batterie also für ihre autos und der branchendurchschnitt 146 euro dollar pro kilowattstunde tschuldigung ja das liegt natürlich daran dass bei den anderen alle noch einmal mit verdienen mal kurz die lüftung ausmachen so ich hoffe das war jetzt nicht so rauschig da verdient natürlich jeder noch mit und die können natürlich die preise dann beliebig in die höhe treiben wenn die nachfrage jetzt einfach steigt so auch da hat tesla einfach einen vorteil und kann glaube ich deshalb relativ bald schon das 35.000 dollar modell anbieten viele zeichen deuten darauf hin wie ich finde so also das war das thema dass vw jetzt die leute darauf vorbereitet dass die autos bald alle teurer werden ich bin da nicht so ganz sicher weil ich meine klar die neuwagen sind teuer aber die neuwagen sind ja auch jetzt relativ teuer also wenn man sich jetzt einen neuen golf kauft mit einem halbwegs vernünftigen motor und so zahlt ja auch wahrscheinlich 25.000 oder so das ist ja nicht so wahnsinnig viel interessant für die leute die eben nicht so viel geld für ein auto ausgeben wollen oder können sind ja die gebrauchten und die gibt es eben gerade elektrisch noch nicht das ist das problem aber die wird es ja zwangsläufig dann geben deshalb also ich kann es nicht so ganz verstehen klar wird es ein bisschen teurer werden aber der unterhalt ist auch eben ein bisschen günstiger deshalb kann man das ja dagegen rechnen und weiterhin könnte ich mir auch vorstellen dass es halt so ein bisschen sich verhält wie bei den handys damals früher hat so ein handy was weiß ich 80 euro gekostet und das war dann schon ein teures wisst ihr noch die mit den knöpfen und so ja und dann kam halt das iphone raus und dann auch noch andere smartphones von anderen herstellern samsung und wie auch immer ja und heute zahlt man halt für so ein handy irgendwie 500 euro und da zuckt eigentlich keiner mehr so arg dass sich da einfach die wahrnehmung auch verändert was sowas kostet und vielleicht ist es dann bei autos eben auch so dass ein auto dann eben nicht mehr neu für 10.000 euro zu haben ist sondern eben was weiß ich für 25 oder so das wird sich vielleicht verändern aber wenn es in den köpfen sich auch verändert dann ja es ist ja an sich kein problem wie man eben am beispiel der handy sieht so das war das thema und dann hatte ich noch ein riesenthema was mich und viele andere schon sehr lange beschäftigt und das ist das thema tempo limits da gab es mal wieder einen neuen bericht dazu und zwar hat jetzt eine regierungskommission also eine hochrangige regierungskommission eingesetzt vom verkehrsministerium von herrn scheuer herausgefunden nach langem besprechen und gemache und getue dass es ja total sinnvoll wäre die geschwindigkeit auf 130 kilometer pro stunde auf den autobahnen zu begrenzen weil natürlich geringerer co2 ausstoß weniger unfälle weniger tote bei den unfällen und so weiter und so weiter dann haben sie noch herausgefunden dass es sinnvoll wäre die steuern auf benzin und diesel also insbesondere auf diesel zu erhöhen um eben diese die steuerabgaben auf die zwei treibstoff arten erst mal anzugleichen und eben insgesamt zu erhöhen um den weg für alternative antriebe zu ebnen weil wenn das benzin und der diesel teurer werden 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 ja zwangsläufig die erneuerbaren konkurrenzfähiger so das gab natürlich ein riesen aufschrei und der herr scheuer hat gesagt nein das können wir auf keinen fall so weder sozial noch wirtschaftlich verantworten ich meine es kommt zwar aus seinem ministerium aber ja also diese diese tempo limit diskussion finde ich ja wirklich also fast an absurdität nicht mehr zu übertreffen es weiß ja nun wirklich jeder und das wird auch keiner abstreiten können dass es nicht eine vernünftige entscheidung wäre das zu machen ich glaube es gibt noch zwei länder auf der ganzen welt die kein tempo limit auf autobahnen haben deutschland und nepal und in nepal gibt es vermutlich nicht so wahnsinnig viele autobahnen deshalb spielt es da keine rolle gut es klappt ja in anderen ländern ganz hervorragend ich finde es immer sehr entspannend wenn man jetzt zum beispiel nach holland fährt die autobahnen sind irgendwie viel breiter man gleitet so dahin so im normalen verkehrsfluss man hat weniger staus gefühlt ich meine gut also aber ich meine das ist natürlich also wenn man das den deutschen jetzt noch wegnimmt da das ist ja wie wenn du den amerikanern quasi ihre waffen wegnimmst das ist ja quasi so das grundrecht der deutschen auf der autobahn mit 320 oder was gibt es so da runter zu ballern also ich finde es total absurd weil ich finde auch dieses tempo limit würde gerade den elektroautos einfach zugute kommen viele fahren halt einfach nicht so schnell also mein lief der fährt 140 glaube ich reell auf der autobahn diese denn der mercedes also den eqc und den audi e-tron haben sie auf 200 abgeregelt mein tesla der 75er kann auch nur 220 oder so und es macht ja auch keinen sinn weil du verbrauchst dann so viel mehr strom dass du halt länger laden musst und dann kommst du auch nicht schneller an insofern würde das für mich sinn machen es wäre eine logische konsequenz es wäre gut um die co2 ziele zu erreichen die ja von der eu vorgegeben sind wo wir strafen zahlen müssen weil wir sie nicht einhalten es wäre einfach rundherum eine clevere entscheidung aber nicht mit herrn scheuer ja also ich habe mich dann noch mal ein bisschen weiter informiert und zwar gibt es da so ein paar interessante zahlen zum thema tempo limit in deutschland gibt es aktuell 70,4 prozent autobahn ohne tempo limit das entspricht nicht meinem persönlichen gefühl also ich hätte jetzt eher gesagt es sind vielleicht 20 prozent aber es mag sein ich bin auch nicht so oft in im norden oder in ostdeutschland unterwegs vielleicht sind da die autobahnen noch offener keine ahnung also 70,4 prozent sind aktuell noch offen der anteil vom verkehr am co2 ausstoß insgesamt in deutschland beträgt 12 prozent kann man jetzt sagen ja das ist ja eh nicht so viel was soll's aber immerhin 12 prozent und tempo limit würde das um 0,5 prozent senken die meinen aber dass man von diesem anteil von 12 auf 11,5 prozent runtergeht und wenn man das jetzt ich hoffe ihr versteht mich prozentual von 12 rechnet also die 0,5 reduziert und die grundgesamtheit ist quasi die 12 prozent ist es eine reduktion von 4,2 prozent insgesamt vom co2 ausstoß was ja schon nicht so wenig ist das ganze kommt aus einem aus einem video deshalb habe ich unbenannt auch auf berichte der woche aus einem video von spiegel online ich links euch unten rein guckt euch mal an und dann sagen sie noch ja mit den verkehrstoten das stimmt auch alles nicht wir sind ja eh schon so gut 1970 gab es 21.332 verkehrstote und 2017 nur noch 3180 ja dass die verkehrssicherheit von den autos da natürlich eine enorme rolle spielt wurde in diesem bericht teil nur ganz am ende kurz erwähnt ich meine klar sterben die leute nicht mehr so oft in den autos die haben sich doch 1970 haben die sich doch noch nicht mal angeschnallt geschweige denn gab es irgendwelche airbags vernünftige passive sicherheit oder sonst irgendwas naja und 3180 tote finde ich immer noch 3180 zu viel ganz klar wenn man da sage ich jetzt mal 500 weglassen kann von den 3150 dann haben vielleicht 500 familien ihren vater nicht verloren denkt da mal darüber nach naja wie auch immer so und dann kam noch ja 34 prozent der autobahn unfälle sind passieren wegen überhöhter geschwindigkeit also da geht es nicht um tote sondern nur um die unfälle und auf autobahnen mit begrenzung in deutschland passieren ungefähr 26 prozent weniger unfälle ich meine allein schon der wirtschaftliche schaden der dadurch entsteht muss doch grund genug sein um dieses tempo limit einzuführen dann haben sie noch gesagt da ging es jetzt wieder um tödliche unfälle auf landstraßen sind also von den gesamten 100 prozent tödliche unfälle im auto sind 56 prozent auf der landstraße passiert was ich nachvollziehen kann landstraße ist sicherlich die gefährlichste straße überhaupt 31 prozent innerorts ich denke da geht es auch viel um fußgänger die halt im straßenverkehr sterben die halt überfahren werden und nur 13 prozent auf autobahnen so das geht natürlich wieder von der argumentation her in die richtung ja die autobahnen sind gar nicht so das problem ja aber auch da wieder 13 prozent wenn man die auf null kriegen ist doch super oder lasse auf fünf aber ihr versteht was ich mein so also das guckt euch mal an das video und dann musste ich noch kurz habe ich noch eins dazu nein habe ich nicht so also das war dieses tempo limit thema ich bin mir ziemlich sicher dass viele die hier jetzt zu gucken da auch der meinung sind dass es sinn macht schreibt mir mal in die kommentare rein dazu was ihr dazu meint warum vielleicht auch kein tempo limit sinn macht schreibt mal alles rein finde ich immer hoch interessant und dann als letztes thema für heute habe ich noch im fernsehen also so im normalen fernsehen ein bericht gesehen von plus minus da ging es auch ums elektroauto das kann man auch auf youtube sehen ich linke euch das mal unten rein oder in der ard mediathek vielleicht mache ich lieber den link rein das macht glaube ich mehr sinn ja und da ging es mal wieder um elektroautos und so und dann fing das an mit so einem mann aus berlin und der fuhren ein hybrid und er hat dann gesagt ja elektroauto funktioniert bei mir gerade nicht ich bin halt laternenparker ich habe zu hause keine ladestation okay passt verstehe ich und ja die ladeinfrastruktur in berlin ist noch nicht gut genug das heißt da kann ich nicht überall laden und so ja okay kann ich aufstehen und dann fiel noch so in einem kleinen nebensatz das streuen die immer mal so gerne ein und der strom kommt zum großteil aus kohle das stimmt einfach nicht ich habe mal nachgeguckt habe es noch mal nachgelesen 2018 kamen aus braunkohle 24 prozent aus steinkohle 14 prozent das sind zusammen 38 prozent also ein großteil wäre für mich mal mindestens mehr als die hälfte aber gut und 40,2 prozent kamen aus den erneuerbaren energien also wind wasser und pv ja das war ja nun mehr als kohle also kann man doch nicht sagen großteil was ist da können sie doch lieber sagen ja ein großteil kommt ja jetzt schon aus erneuerbaren energien weil das ist ja super so man kann es doch ein bisschen positiv darstellen na ja wie auch immer dann haben sind taxifahrer interviewt der hat dann einen neuen prius gehabt und das wäre total super der prius und hybrid und das ist es weil der verbraucht nur vier liter auf 100 kilometer benzin ja bin ich jetzt irgendwie nicht so doll ehrlich gesagt also gerade im taxibetrieb funktioniert ja ein elektroauto eigentlich auch ganz gut na ja wie auch immer dann ging es um die busse auch immer wieder ein beliebtes thema und da haben sie gesagt ja also viele großstädte setzen jetzt schon auf e busse was ich auch wirklich toll finde und ich meine das funktioniert ja auch die haben geringe geschwindigkeiten und so die haben da kann man im prinzip eine große batterie einbauen weil es ein großes fahrzeug ist und so weiter genau und dann haben sie aber gesagt in stuttgart also wo ja quasi dieser ganze fahrverbots kram am schlimmsten ist wo wir schon ewigkeiten feinstaubalarm haben und sonst noch was da finden die die also die verantwortlichen das irgendwie nicht so sinnvoll da jetzt elektro busse anzuschaffen dass also wir machen lieber hybrid busse und tolle neue euro 6 diesel busse ja die kaufen tatsächlich jetzt noch neue diesel busse also das fand ich schon ziemlich erschreckend und dann kam noch als begründung warum jetzt busse da in stuttgart nicht so gut wären da müsste man ja dann am betriebshof wo die parken die busse 100 neue ladestationen bauen und diese ganze sache hätte dann einen stromverbrauch von einer kleinstadt ja und jetzt dann baut halt 100 ladestationen das ist ja nun wirklich nicht so teuer das müssen ja keine schnelllader sein das heißt die zeit vielleicht wenn einen schlechten deal machst 1000 euro pro ding dann hast du 100.000 euro das ist ja das finden die ja unter dem kopfkissen was ist bis fertig okay also das finden die ja unter dem kopfkissen und der stromverbrauch einer kleinstadt was wollen die uns denn damit sagen ja natürlich braucht das strom aber eine kleinstadt kann man ja heutzutage auch mit strom versorgen das ist ja technisch absolut möglich und jetzt überlegt mal was stuttgart für den stromverbrauch hat als großstadt das das ist doch nur ein kleiner teil den die da noch eben mit anschließen müssen ich stehe gerade in leerenberg am supercharger ich weiß nicht wie viel sind es 20 20 mal 120 kilowatt oder die teilen sich ja immer was sagen wir 10 mal 120 kilowatt wisst ihr damit kann man doch die busse über nacht dann schon fast laden und hier sehe ich auch jetzt nicht das problem dass man das irgendwie mit strom nicht versorgt kriegt hier ist ein so ein umspann ding mit 20 kilowatt kommen hier an und fertig ja also dieser bericht auch wieder schön gegen die e-mobilität und für den diesel und für hybrid und so ach so genau jetzt habe ich noch was vergessen muss ein bisschen runterscrollen immerhin haben sie haben sie festgestellt also da war so ein interview mit einem ich glaube das war so ein messtechniker vom umwelt bundesamt oder von der deutschen umwelthilfe ich weiß es nicht ich glaube umwelt bundesamt und er hat gesagt ja ist ihm eigentlich egal mit was die autos fahren hauptsache eben sauber und wurde dann auch zu wasserstoff befragt und hat auch gesagt ja wasserstoff ist an sich ja nicht schlecht aber das ist einfach zu uneffizient und wir haben einfach durch die regenerativen quellen nicht so viel strom dass wir uns leisten können den quasi uneffizient zu nutzen fand ich einen sehr guten punkt effizienter als ein reines e auto im betrieb geht einfach nicht so deshalb also zu uneffizient wasserstoff und dann kamen sie noch ja das neuste und beste wären jetzt oberleitungs busse in den städten oberleitungs busse ja klar waren wir jetzt mal die ganze stadt mit oberleitung voll das ist ja null aufwand hammerhart also da gibt es ja städte die das schon haben aber der aufwand für so also um die gesamte stadt mit so einer oberleitung auszustatten ist ja gigantisch ja nee und als abschließenden satz kam dann noch wer sich also nur auf elektroautos konzentriert ignoriert jede menge gute alternativen ja also mal wieder hier qualität aus deutschen medien fand ich unglaublich also guckt euch mal an ist wirklich interessant und jetzt zum schluss ich habe zwar am anfang schon diese dieses tesla update gemacht aber jetzt mache ich noch mal kurz hier ein real life update und zwar gehe ich jetzt mit euch nach draußen weil ich habe vorher was gesehen was es hier jetzt am supercharger gibt kommt mal mit so dann steigen wir mal aus so und jetzt guckt mal was hier los ist also ich lade schon hier mit typ 2 und es gibt tatsächlich jetzt einen ccs stecker auch in leonberg und zwar da oben rein und zwar ist die ganze neue seite also hier jetzt müssen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn genau zehn sind jetzt auch mit diesen oder die da vorne nicht also acht 18 mit ccs ausgestattet also dann kann man hier in zukunft auch ein paar model 3 bewundern die sind ja jetzt schon auf dem weg beziehungsweise ich gehe noch mal wieder rein der sound ist einfach hier drin besser was also die model 3 sind ja jetzt auch schon unterwegs das haben wir gesehen der ofe hat da glaube ich bilder gepostet dass jetzt welche in deutschland angekommen sind ich meine das wäre schon in deutschland oder in wo kommen die an in brüssel ne quatsch brüssel brügge in irgendeinem hafen in europa keine ahnung ja deshalb müssten sie das jetzt ja machen und sie scheinen ganz gut dabei zu sein in ulm war ich jetzt vor einer woche da war es noch nicht da bin ich mal gespannt aber die haben ja jetzt noch ein paar tage zeit der februar ist ja noch nicht da und dann war es das auch schon also wenn euch das video gefallen hat gibt mir daumen hoch lassen aber da und ansonsten fahrt elektrisch